Na? Wer von euch hat Bock auf eine Runde Skywars? Ja? Ja und ich? Sehr gut. Ihr seht schon, wir haben ziemlich früh am Morgen gerade aufgestanden. Okay, eigentlich nicht. Und der Brust-Panzer war komplett wasted up whenever I'm mad. Ich find diesen Shader ziemlich geil. Nur meine Grafikkarte nicht so. Ich bin überrascht, dass es überhaupt zu flüssig läuft mit der Aufnahme, weil ich hab meinen Aufgangs-Headings gerade noch mal hochgeballert. Nur aus Langeweile natürlich. Ähm, könnt ihr mal ganz kurz drüber reden, dass der Dude anhatte? Ah, ich fahr hier... Ich fahr... Geil. Ist ja mal ein fancy F... Ist ja mal ein fancy F... Ne, also das finde ich jetzt scheiße. Oh, nix, die Runde. Let's go. Quip. Es sieht ganz vielversprechend aus. Brennt mir die Brust noch in Ordnung. Das finde ich jetzt unfair. Warum ist hier keine die Brust drin? Naja, trotzdem. Die Quip ist ganz nett. Ich bin müde. Wollte eigentlich nur Paul zocken. Und dann Paul hat ihn gespielen, dass er heftig nicht mehr online kommt. Wollte heute eigentlich auch schon eine Aufnahme mit Paul schneiden. Also... Eine, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Ich bin irgendwie im Moment total unmotiviert, was YouTube angeht. Der Dude sieht mich halt wirklich nicht mal. Uff, wie maximal lost kann man denn sein? Und dann kommt dann ein Typ abstauben. Ich hoffe, du stirbst an Aids. Hallo, wie geht es dir? Geil, Mann. Wisst ihr, was ich mich frage? Ich habe das eben vor der Aufnahme einmal ganz kurz mit den Shadern ausprobiert. Und am Anfang hatte ich mega die Legs. Dann habe ich die Shader-Quality hochgeballert. Dann hatte ich plötzlich keine Legs mehr. In so Momenten hätte ich gerne Schneewelle. Ich bin jetzt auf ne Drancina. Hiiii. Das finde ich unfreundlich. Und man sieht, ich bin glaube ich kein guter Sky-Wars-Spieler. Gleich schon mal erzählt, dass die Map scheiße ist. Falls nicht, die Map ist ziemlich scheiße. Kennt ihr diesen Windows? Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es ein World Feature ist. Das sich aber so komplett random immer deine Testatursprache umstellt. Jetzt hatte ich gerade zwei Runden in Folge. Und ich meine, ich will ja nicht drauf rumreiten, ne? Oder dieses ziemlich nervige Feature nicht. Und wir werden Duties hier mal ganz dreist wegstauben. Und danach werden wir den Duties hier ganz dreist wegstauben. Und danach werden wir wahrscheinlich ganz dreist abgestaubt. Und wir werden ihn jetzt rein aus Prinzip wegstalken. Äh, nur damit er Full Tilt ist. Und ich bin zu inkompetent, um diesen Typen wegzustalken. Äh, hier kann man übrigens runterfallen für die, die es noch nicht wussten. Danke. Pull dir. Easy. Win von alleine. Das wollen wir jetzt mal sehen. Was macht der Typ? Also jetzt macht er erstmal gar nichts mehr, ne? Ciao. Nee, den Nude lassen wir mal in Ruhe da. Ich habe ein bisschen Respekt vor seinem Pulli. Und er hat ein viel besseres Schwert als ich. Äh, Digi, kannst du mich mal ganz kurz in Ruhe lassen? Das fände ich super nett. Danke. Hurenkind! Ich habe schon wieder diesen Tastatur-Bug. Ich bin raus, tschüss. Ich möchte nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass es diesen Bug auf macOS meines Wissens nachher nicht gibt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst doch liebend gerne Like, Kommi, Abo etc. Schaut super gerne auf meinem Twitch vorbei, bin ich mega Freund. Bis dahin. Ciao. Sau. Quartierer. Cauch. Ja. Sau. Bis zum nächsten Mal.